Moin Moin, willkommen zu unserem Newsletter. Diese Woche habe ich Sunset Cruiser für euch. Natürlich kennt ihr die Plastikboards aus Kalifornien schon. Bis jetzt haben wir sie in 22 Inch bei uns im Outdement gehabt. Jetzt allerdings haben wir die auch in 27 Inch, deutlich größer, mehr Platz für die Füße. Geiles Ding. Wer sie allerdings noch nicht kennt, kriegt jetzt noch mal eine Übersicht. Die Bretter von Sunset bestehen aus durchsichtigen Polycarbonat, das für hochwertige medizinische Geräte, so wie für kugelsicheres Glas verwendet wird. Für die coolen LED-Wheels von Sunset braucht ihr keine Batterien, denn die haben einen speziellen Kern, der die Rolle mit Energie versorgt, wenn sie gefahren wird. Mit einer Laufzeit von über 100.000 Stunden habt ihr also mächtig Zeit, die Dinger leer zu fahren. Das war's von mir für diese Woche. Folgt dem Link zum B2B-Shop und packt euch ein paar davon in den Warenkorb. Bis dahin, euer Michael.